Luca Bolzhauser gratuliert zum dritten Shutout in Serie. Könnt ihr uns das von eurer persönlichen Perspektive einordnen? Ja, ich glaube, es ist schwierig zu einordnen im Moment. Ich glaube, es ist sicher sehr wichtig im Spiel als Mannschaft, so souverän in der Defensivzone. Ich glaube, man hat es heute in diesem Match gesehen. Fribourg hat nicht wirklich viele Chancen gehabt. Und ich glaube, das macht es für uns recht gut. Und es ist auch wichtig für uns jetzt in der Situation, in der wir sind. Und ich hoffe, es geht noch weiter, ja. Zum Zuschauen war es definitiv schon ein Play-Off-Spiel. Wie hat sich das angefühlt zum Spielen? Es war unglaublich intensiv, nehme ich an. Ja, es ist definitiv schon die Play-Off-Atmosphäre. Ich meine, es geht um viel für uns. Wir wollen den sechs Platz erreichen. Die Stimmung heute war wunderbar. Ich glaube, es war schon lange nicht mehr so voll und so laut. Und das macht es richtig schön, ja. Habt ihr auch die kleinen Techtel-Mächtel-När-Oder-Hits von Di Domenico am Gernatz gesehen? Wie wurde das Mannschaftsinten besprochen? Ja, nicht gross. Wir haben einfach gesagt, wir spielen unser Spiel durch. Wir machen unsere Checks, wenn sie sich provozieren lassen oder irgendetwas. Wir machen nichts, wir lassen sie spielen. Sie sollen auf die Strafbank gucken, ja. Gratulieren, danke für's mal. Danke für's mal.